Happy Birthday Raul Hatot. Happy Birthday Matt Sayem Khan. Happy Birthday Baban Sukla Sukla. Happy Birthday Sumaglu Fkateb. Happy Birthday Netu Kuma. Happy Birthday Oinais Unik. Happy Birthday Matt Yassim Arafat Afif. Happy Birthday Sri Lanka Gab. Happy Birthday Lana Kumar. Und heute habe ich das Spiel Dragon Friends. Viel Spaß. Okay, da geht es mal los. Ich würde sagen, wir starten das Spiel. Ich habe das ganze Spiel schon mal gespielt. Ich habe gerade versucht, meinen Account herunterzuladen. Also, ich habe ihn noch heruntergeladen, aber irgendwie sind meine Charaktere nicht mehr da. Deswegen muss ich wieder von neuem packen. Aber ist ja kein Problem. Ausrüsten. Und weiter geht es. Der geht und meine Finger muss laufen. Oh, witzig. Oh, schon Level 5. Okay. 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 Level 6. Ein Portal. Ein bisschen warten. Der muss erst das Bild laden. Das sollte ein bisschen. Übrigens, ihr habt das Spiel gerade schon zweimal gespielt. Deswegen denke ich jetzt, jeden Moment ist bestimmt die Quest abgeschlossen. Weil ich wollte jedes Mal meinen Account suchen. Erst habe ich ihn mit Facebook probiert. Dann kam ich auf meinem Facebook Account. Da war kein Charakter. Dann habe ich auf Google Play gedrückt. Dann kam ich auf den Google Play Account. Aber auch kein Charakter. Deswegen habe ich jetzt diesen Charakter einfach mal durchgewischt. Was heißt gewischt? Einfach nur bestätigt, bestätigt. Schnell weiter, weiter. Ja. Und das war gerade auch ganz oft das Problem. Ich hatte das Standbild. Aber liegt das an dem Emulator? Oder mein Internet? Ich meine aber, es würde an Emulator liegen. Weil das ist wieder das alte BlueStack 4, was ich drauf habe. Ich habe auch noch BlueStack 5. Da laufen die Spiele besser. Aber ich kann nicht alle Spiele auf BlueStack 5 spielen. Weil das andere Einstellung ist wie BlueStack 4. Naja. Auf jeden Fall. Dauert es deswegen manchmal ein bisschen länger. Denke ich mir. Da ist es deswegen nicht. Stufe und Upgrade. Jawohl, ja. Ja. Ich bin schon Level 7. Dann schaue ich mal, ob ich noch Level 10 schaffe. Ach so. Abstauben. Let's go. Keine Ahnung, was da stand. Ich habe einfach nur Upgrade genommen. Und jetzt bin ich Level 10. Ne, noch nicht. Level 10. Wo bist du? Oder mache ich Level 16, um die letzte Fähigkeit rauszuspielen? Ist vielleicht ein bisschen besser. Ist sowieso jede Quest immer ein Level. Also es werden jetzt nur 6 Queste. Also ich finde eigentlich die Qualität sehr gut. Einziges, was bei mir jetzt so kacke ist, ist halt, dass es so leckt. Da macht bestimmt noch in den Hintergrund ein paar Updates. Jawohl, ich habe ein Haustier. Komm. Vielleicht muss ich ja auch einen Anruf kriegen. Oh, ich habe noch eine Stunde Zeit. Komm schon. Oh, der sagt, ich muss die Einstellungen ändern. Dann gehen wir doch mal zu den Einstellungen. Schauen wir mal, was wir da ändern können, damit wir schneller werden. Damit das Spiel schneller wird. Werden nicht schon vorher beendet. Flammender Drache. Das wäre mein Gegner. Okay. Die Trieb. Das können wir ja lassen. alles ausschalten mal schauen und mal schauen ob das jetzt so schneller geht geht aber noch schneller ich wollte doch mindestens level 16 werden mensch ich kann auch nicht mal level 16 werden das ist ja schon vorher was soll ich denn da machen ich denke die quest ist fertig ich sage mal ich beende das spiel eigentlich ein sehr schönes spiel nur leider auf dem emulator zu langsam deswegen wenn ich das spiel jetzt und sage dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr euch nicht dabei seid bis sage ich euch viel spaß und auf wiedersehen tickel abholen tschüss Bis zum nächsten Mal.